Der Komponist selbst dirigiert die Wiener Symphoniker, im dritten Satz singt der österreichische Rundfunkchor. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war die Symphonie Nummer 2 von Witold Silewitsch in einer alten Aufnahme erst im Jahr 1959 mit den Wiener Symphonikern und dem Chor des österreichischen Rundfunks. Dirigent war der Komponist. Die Sendung Musik unserer Zeit aus dem Landesstudio Niederösterreich geht damit zu Ende. Helmut Riesberger sagt Ihnen auf Wiederhören. Untertitelung des ZDF, 2020